Sieht echt cool aus mit dem Volk. Ja, mit dem Schreien. Leute, Leute. Raffi ist gerade extra vor den Spiegel gegangen, weil er gedacht hat, er sieht scheiße aus. Sorry. Kann ich dein Kissen haben? Handsome oder Handsome? Leute, heute haben wir uns hier alle zusammen besammelt, weil es etwas besonderes passiert und dazu muss ich euch ein bisschen erst mal was erzählen. Erzähl. Okay. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Der Pokémon-Karten-Hype ist gerade booming. To the moon. Und viele unserer Freunde haben viel Geld. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich auch ein kleines bisschen Geld. Das klingt dumm. Das ist eine fucking Menge viel Geld, was ich ausgegeben habe. Ich habe mich eingekauft, denn der liebe Krispy Rob macht heute seinen allerersten Twitch-Livestream und dafür hat er sich was krasses überlegt. Er hat sich ein Pokémon Neo Genesis Display gekauft. Für fucking 15.000 Euro. verdammt viel Geld. Und was hast du jetzt damit zu tun? Ich habe mir bei ihm zwei Boosters gekauft. Nice. Ich habe dafür 800 Euro gezahlt. Das ist eine fucking Menge Geld. Aber, aber. Kann sich das vielleicht re-finanzieren? Ja. Wenn wir Glück haben, ziehen wir in diesen Packs was heftiges. Ich habe Rob gefragt gehabt, was denn da so krasses zu ziehen ist aus dem Pack. Und jetzt hören wir uns mal gemeinsam die Mömer an. Hello Tony. Yes, genau. Heute 18.30. Geht's los. Ich bin den Arsch aufgerissen. An der Stelle einmal hier eingeblendet Rob's Twitch Link. Check den Ball mal aus. Puh, das wird aber glaube ich ganz nice. Ähm, also das hier, was wir heute öffnen, ist das Neo Genesis Display. Das ist im Jahre 2000 rausgekommen. Also 1999 kam hier den Karten raus. Und 2000 war das die zweite Generation. Warte kurz. Das heißt, in diesem Display gibt es die Pokémon von 151 bis 251. Also die zweite Generation halt. Und... Wer waren nochmal die Starter von der zweiten Generation? Oh, warte mal. Ich glaube Feuerriegel und sowas, oder? Ja, ja, true. War das Indivir? Ja. Und? Ja, und äh... Wasser Pokémon. Wasser Pokémon. Kanimani? Nee. Doch. Nee. Doch. Ja, ja. Und am Ende... Ja, ja. Ich glaube schon. Die beste Karte, die man ziehen kann, ist Lugia. Die beste Karte, die man ziehen kann, ist Lugia. Boah, das ist so ein geiles Pokémon, Leute. Das heißt, wenn ich Lugia ziehen würde, wäre geistkrank. Das wäre einfach heftig. Hast du grad ein Bild von der? Von der Lugia-Karte? Nee, ich sehe grad einfach nur, welche Pokémon in der zweiten Generation sind. Zeig nochmal gerade. Indivir war richtig auf jeden Fall. Indivir war richtig. Indivir war richtig. Wollribil und Kanimani. Das wird schon schön so. Also, wir merken uns, bester Hit bisher, auf jeden Fall Lugia mit 5K. Das Ding ist... Warte mal, setzt du dich auch mal hin, Josh. Einmal ganz kurz die Kamera hier turnen. Das Ding ist, Leute, ihr wusstet das nicht vielleicht, aber Yoshi hat eine ganz krasse Pokémon-Kartensammlung von damals noch. Ein Deck habe ich noch behalten. Ich habe so viele Karten weggegeben, aber einen Deck habe ich noch, glaube ich, irgendwo im Keller auch schön foliert. Und das Ding ist, Yoshi weiß überhaupt nicht, was das für Sachen sind. Das könnte eine fucking First Edition sein. Du hast auch Safe und Glurak, ne? Safe habe ich einen Glurak. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass es First Edition ist. Aber es sind schon ein paar nice Karten dabei. Das auf jeden Fall. Alter, wenn ihr Bock habt, dass wir mal in einem Video zusammen in Yoshis alte Kartensammlung gucken, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe so Bock drauf. Du musst die nächstes Mal mitbringen. Mach ich. Geilo. Ganz kurze Sache. Prediction. Was denkst du? Werde ich etwas Krasses ziehen? Ja oder nein? Ähm. Ich würde sagen, du ziehst einer der Starter-Pokémon. Also nicht das Krasseste. Als Holo. Aber als Holo, ja. Einer dieser letzten Starter-Pokémon. Okay. Da wäre ich auch bei gewesen. Das wäre auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Das ist auf Humble angelehnt. Nicht das Krasseste, sondern so fast das Krasseste. Aber mit zwei Packing kann man ja auch noch was Gutes ziehen. True. So. Da hast du ja schon mal gesteigerte Wahrscheinlichkeit. Ich sage einfach mal, wir ziehen Lu hier. Oh. Der optimistische Boy. Durch das Optimismus im... Vielleicht zieht sich das an. Weißt ihr, das Buster-Pack ist noch geschlossen. Und eigentlich ist da nichts drin, weil keiner ist betrachtet. Die Karte entsteht erst doppelt. Was denkst du? Ich muss irgendwie an Kanimani denken. Oh, okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Livestream von Rob startet. Ich bin sehr gespannt. So Leute. Ich muss aber jetzt rüberfahren, denn hier ist gleich Lockdown. Das heißt, ich muss zu Hause sein. Zum Glück fahre ich nur vier Minuten. Hä? Und... Schauen wir das dann von zu Hause an. Ich bin gespannt. Wie parkt der denn? Wie soll ich denn da rauskommen? Jetzt können wir starten. Marc ist heute unser Pokémon-Experte. Du kennst dich aus, du kannst... Digga, ist es einfach crazy, was das für ein Hype ist, ne? Wie das behandelt wird. Ich meine wirklich ganz kurz... Warte, wir können direkt searchen. Come on. Oder ist es gut am Anfang dran zu sein? Ich weiß nicht. Oh! Das ist er, ne? Das ist er, ne? Ja. So. Es geht wieder in die Freude-Box. Come on. So ist es wieder? Ja, komm, komm, komm. Falko, zieh mich. Italienische Power. Und... Kann es sich eins oder zwei? Zwei. Und... Du entscheidest. Ja. Kamera wechseln? Ach ja, stimmt. Boah, ich bin so über... Ja, voll. Francesco. Es geht. Oh! Jimmy. Sammy. Sandy. Dima. Oh! Adi. So. Friends-Box. Tim gewinnt beim Kopf. Pocket Hazel. Bisschen russisches Koch-Water vorbereitet. Let's go. Zum Schauen. Hazel ist gerade dran. Hazel, viel Glück. Ja, das ist die Herze. Das ist die Herze. Ja, das ist die Herze. Go on. Oh! Oh! Nice! Nice! Er hat gesagt, das riecht mal an für was. Ein, 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 ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Falko! Falko, ich gönn dir Lugia und einen Chin. Das ist alles gut. Drei, wie habe ich? Liebriger Nektar. Und jetzt geht es. Die. Das ist alles gut, das ist. Ja, das ist alles gut. Und das ist alles gut. Und das ist alles gut. Oh! Komm, PROLO! Ich habe noch gesagt, ich gönne ihm das Lugia, aber er zieht das Ding. Oh, shit, ey. Oh, shit. Hat man jetzt überhaupt eine Möglichkeit, noch so einen zu ziehen? Ich glaube nicht. Die Welt ist da. Aber vielleicht ist ja bei dir trotzdem eine Hode dabei. Boah, ey, ich kann. Aber sei ihm gegönnt, ne? Seid ihr so, so, so gegönnt. Ja, tschuldigung, tschuldigung, tschuldigung. Wenn es einer verdient ist, im Lugia, sie ziehen alle ran, Falko. Ist das jetzt ein guter Moment, dran zu sein? Da sind nicht mehr viele Zettel drin, ne? Es sind nicht mehr viele drin, es ist schon echt viel Zeit vergangen. Ich habe echt Bock, dass langsam meine Packs kommen. Aber da waren Leute, die haben immer nur Trash drin gehabt. Ich glaube, ich habe ein bisschen was. Genug. Let's go, Falko, zieh du raus. Also das ist nicht mehr viel, das ist nicht mehr viel. Aber die Frage ist, ist das jetzt ein guter Moment? Ja, ich will, wenn es kacke. Ja, okay. Verwenden ist wirklich kacke. Ja, okay, true, true. Oh! Oh! Ganz am Ende. Das tut wirklich im Herzen weh. Das tut wirklich im Herzen weh. Ich glaube, die letzten Packs sind nicht nass. Die letzten zwei. Komm, 50-50 schon. Komplett letzter oder jetzt? Oh, das ist. Oh! Oh mein Gott! Komplett als letzter, Mann! Oh! Leute, es ist echt das Unmüllliche passiert. Ich bin echt der Allerletzte. Ich wurde die ganze Zeit nicht gezogen. Du bist der Allerletzte, Mann! Ich bin das Allerletzte. Ich habe mir wirklich gewünscht, irgendwo in der Mitte zu kommen. Von Schocks her, ne? Ja, kann man jetzt natürlich nicht beeinflussen. Ich hoffe darauf, dass ich irgendwie Glück habe und das Tor getickt ziehe. Bis jetzt wurde Tor getickt noch nicht gezogen. Das in Holo, das wird mir echt den Arm retten, leider gerade. True, true. Weil ich glaube, die anderen sind nicht mehr drin. Die restlichen Sachen wurden schon gezogen. Ja, leider. Der Moment ist gekommen. Der letzte Zettel wird gezogen. Aber einige Leute... Einfach! Kurz und möglichen Spass. Da ist dein Zettel. Da muss ja jetzt Toni draufstehen. Ja. Aber du hast zwei Packs. Du hast immerhin zwei Packs. Okay. Boah, sorry. Fokus. Bin voll raus. So. Trainerkarte ist schon auch um, okay. Zwei Packs. Aber das hat noch nichts zu heiß, ne? Zwei Packs für Toni. Guter Annel, ja? Guter Annel, ja? Guter, 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 guter Start schon. Okay, okay. Super Annel. Hat der einen nach vorne gepackt? Ja. Please, Mann. Please, 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 please. Wieso? Komm. Na, du? Score klar. Ach, komm, Bro. Jetzt, jetzt kommt es jetzt. Kommt es jetzt? Schön. Kommt es jetzt? Kommt es jetzt? Weiter geht's. Nee. Super Anziehungsgrad. Come on, come on. Oh, ein Liga Lava. Und jetzt noch ein Tor. Oh! Das war doch schon so weit. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, für dich. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, Mann, oh, Mann. Das kann ich noch kommen. kann doch kommen. Ich nehme das nächste Mal 800 Euro und schmeiße die so einfach in den Mund. Ich will das mal. Oh nein. Nächstes Mal doch das ganze Ding kaufen. Tuli fragt mich auch noch so, will ich auch ein Pack kaufen? Nee. Oh bitte. Falko, du machst das. Togi Ticket jetzt, please. Spannung. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Ach ja und hier. Merch vom Turnier. Der beste Udi der Welt. Richtig Freundin. Real talk an der Stelle kurz. Facts? Ich glaube es auch. Bei mir ist es auch. Auf no jokes. Okay, komm, let's go. Komm. Ergni Ziavo. Geil. Energie. Das wäre die coole Petaplatte. Okay. Okay. Let's go. Komm. Go. Wollt ihr ab? Setzten Gusti. Das ist gut. Okay. Okay. Diese Spannung. Oh man oh man oh man. Kommt danach die Karte? Bitte keine Trainerkarte am Ende. Ist es soweit? Nein, es geht gerade nicht. Ist es soweit, Janne? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nein. Oh, Gemi! Schön, schön, schön. Oh, jetzt! Das ist die letzte. Das wäre geil. Bereits? Ja. Allerletzte Karte von heute. Zwei Trainerkarten am Ende. Bitte keine Trainerkarten am Ende. Hat gesagt, am Ende ist Scheiße, man. Am Ende ist Scheiße. So ein Scheiß, Alter. Zwei Trainer am Ende. Zwei Trainer? Ja? Oh mein Gott! Was ist ein Schwanz? War unser Nachbarn. Nachbarn klingelt einfach und weiße Zwiebeln. Hast du Zwiebeln? Ja, eine Zwiebeln geben. Wieso? Ja, danke. Ja, süß. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Was war das denn für eine Scheiße? Ganz am Ende. Am Ende ist es schwierig. Am Ende ist es scheiße. Am Ende ist es scheiße. Ich glaube, ich muss wieder nach Deutschland ziehen. Das leistet ihr hier. Scheiße. Ne, aber scheiße, ey. Ja gut, ich gönne natürlich trotzdem den anderen, ne, den Sieg, ja. Aber es macht mich natürlich sad, Mann. Nicht mal, nicht mal ne, ne, ne coole, geile Karte. Zum Beispiel, ich hätte gerne so einen Griffel gehabt. Das wäre glücklich. Das wäre ein Crash gewesen. Scheiße. Togetick. Togetick wärs gewesen. Das letzte Pick, Alter. Das ist sehr optimistisch. Ja, true. Das ist sehr optimistisch, ne? Aber cooler erster Stream von Rob, muss man sagen. Check Rob aus. Wer mich jetzt eher irgendwie anspricht, wird ein Turkish sagen. Ne, du hast es noch. Ey, Toni. Kurze Frage.